Willkommen zur nächsten Part von Starwing. Und auf geht's zum Planete Meteor. Obwohl es kein Planet ist, kann man einfach sagen, es ist ein Meteor. Mann. Extra für die Pingelinge, damit die nicht sagen, es ist kein Planet. Die Meteor-Schlachtbasis. Nur ein Tipp. Benutzt den Rückschub, wenn ihr zu schnell seid. Viel Glück. Boah, ich werd mal daran berücksichtigen, wenn's unbedingt sein muss. Dapper 6. Jetzt geht's rund, es geht rund. Und hier sind die möchtigen ATS-T's. Nenne ich sie einfach mal. Ui, was? Ui, ui, ui. Scheiße. Ui, fuck. Fuck, 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 fuck. La, 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 da, 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 da. Ich will immer mit. Hallo, mein... Was, was du denn da, Peppy? Mensch, du täuscht mich. Wolltest du mich verrückt machen hier, hä? Das sind nicht gut von dir, Junge. So, ich flieg mal kurz so. Das hier war doch... Oh, was hat mich denn da getroffen? Wie hat er mich denn... Ui. Hi. What the fuck? Warum ist der explodiert? Ich hab ihn gar nicht mehr angeschossen. Bei Anblick, der tot. Zack. Wow. Da kommt wieder ein mächtiger in den ATSC wieder angelaufen. Diese Wallcar. Warum wie sie so aussehen? Helikopters? Äh, das kommt mir ein bisschen schwer noch in Erinnerung, Helikopters. Auf jeden Fall haben sie nicht gerade viel Lebenszeit bei mir. Wann nehme ich den Leben mit? Nö, brauche ich nicht. Oh, dann finde ich die aber beiden mit. Das war hier. Oh, schieb du auch mal ab. Du tust mir wenigstens einen Gefallen und schießt doch nicht in meinen verdammten Scheiß-Schussfeld, Junge. Folkter. Fariko, hau ab, du bist in mein Schussfeld. Geh weg, danke. Ich guck bei sowas immer kritisch, wenn ich mir so nah an meinem Schussfeld rumfliegen. Aua. Aua. Was schießt ihr denn auf? Uah. Boah. Hat der gekriegt? Alle verrückt. Jetzt sind sie dran, ja. Ich hoffe, dass du nicht gleich dran bist. Ich puste erstmal diesen komischen Möchtiger-Flugzeugträger hier ab. Ja, du bist auch ein Ei. Da, 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 da. Wo ist es da? Oh, nein. Hier muss ich rein. Nun, den Hauferbombe mit. Japp. Gut so, Junge. Du bist der Beste. Da kommt die Helikopter wieder. Oder so waren sie. What the fuck? Was... Oh. Spider-Man, du! Da hab ich was gehört. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber ich hab was gehört. Gerade, was auf mich geschossen wurde. Oh, komm her. Lass mal dich mal... Ach, komm, der will mir ein Plasma vom Kopf hauen. War wohl nichts. Da, 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 da. Bam. Hachst du auf. Bist du hingefallen? Oh, tut mir ja gar nicht leid. Ja, du willst mich verarschen, wa? Wollt grad mich runter senken. Schmörmelspinne, du. Lass mal auf hier. Mach dir die Beine klein, du. Zack, 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 zack. Komm, tanz für mich. Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich. Jetzt koppel ich dir jeden Beinchen einzeln raus. Ich muss noch passen, der mich nicht auszusehen gleich hier. Ja, haha. Jaja, schieß dich selber ab. Lalalala. Oh, willst du mich beflammen? Hui. Hui. Hier, macht mich schlau. Da, da, da. Hui. So. Komm her. Komm her. Ja, ja, komm. Schieß dich selber ab. Boah. Da haben wir nicht mal Feuer und damit dann gemacht. Da macht der Krawum wieder und Ende. Feierabend. End aus Mickey Mouse. La. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ein echt tolles Spiel, immer wieder zu sagen. Ich liebe diese Musik. Ich werde ja auch gleich mal nachher mal aus Reinschocken und ein paar kleine Soundtrucks von dem Spiel mir besorgen, weil ich finde die einfach geil. Und ich muss sagen, schon wieder zu meinem Punkt, der ist schon wieder mal geil. Wow. Ich bin wieder beschädigt hier gerade, oder ich habe keine Ahnung. So. Venom. Let's go to Eminem. Venom, das Ziel. Andros hält sich auf Venom versteckt. Finde und zerstöre sein Hauptquartier. Fox. Ähm. Ei, ei, Sir. Und gleich kommt meine Rechnung für, weiß ich nicht, wie viel. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt puste ich alles weg, was mir im Weg kommt. Ja, ja. Quark. Quark. Ich bin nicht Rabbit. Und geh, was mein Schuss hält raus. Froschgesicht. Jetzt pusten wir alles weg, was mir kommt. Ja, nee, kommt nämlich unser Einweihungsfeier von Planet Venom. Guckt mich nicht. Ach, guck mal. X-Wing. Hihihi. Komm. Tschüsser. Kommt da. Kann mich nicht treffen. X-Wing, hau ab. Und den, der war mit. Zack. Ich hab den grad mehrmals angeschossen. Ich hab den nicht getroffen. Willst du mich verarschen? So. Moment kurz. Das stört mich was. Ich nehm mich. Hey, bleib doch mal hier. Komm mal her. Zeig dich mal. So, tschüss. Guck mal, der Ballermann. Dadadadadadadadadadadam. Pass mal auf, Freundchen. So schnell. Nicht mit dem Commander hier. Ähm. Verdammt nochmal. Schreck mich doch nicht so, du Bekloppten. Ich bin grad am Schießen. Du fliegst voll in meine Schusslinie. Willst du Harakiri machen, oder was? Oder was soll ich sieht? Da. Da, da, da. Kommt da. Auf jeden Fall nichts Besonderes. Was zum Geier? Moment kurz. Bevor ich mich um dich kümmere, muss ich kurz mal die anderen Schmimmels wegpusten. Jetzt bist du dran, so. Boah, Hase, du gehst mal um Keks. Ja, kein Ding. Machst du okay. Och, Junge, jetzt lügt auch noch mein Schussfeld wieder rein. Boah. Ja, was soll das? Was rat mal, was das soll, Gott, du mein Schussfeld bist. Raus da. Dä, 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 dä. Du musst gleich in den Ofen, Hasenragu. Boah. Kurve. Boah, dich kenn ich doch. Sehr gut noch. Ja, 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 komm. Komm her. Ja, du kannst deine Torpedos sonst wo hinstecken. Boah, ich meine, bei dir, du warst der hier. Boah, 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 da kommen grad viele Torpedos auf mich. Boah, und dabei noch die Läseres abgewehrt. Hui, das war knapp. Boah, boah. So. Weit so gut. Hab ich wieder 100 Prozent? Das frage ich mich grad wieder mal selbst. Hab ich 100 Prozent? Danke. Das wollte ich sehen. La 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 Etappe 6 Auf Planet Venom persönlich, die Oberfläche So, jetzt sieht's aber ganz schön dumm aus So, ich bin zuvor, mich nach deins zu bewegen Jetzt singe ich nach da Komm, den krieg ich noch Noch getroffen, wunderbar Zack Froschgesicht Yo, kein Problem Slippy, du alten Hengst, du Aber freu mich, den da noch mit Der Sack Du dämlicher Sack-Sack Ich versuch die ganze Zeit, mir zu verändern Innerlich mal einen Schluck auf ihr rauszupusten Boah, warte mal Boah Ne, 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 du kannst mal nach deinem aufgeben Und du auch Boah, guck mal da auf, du gehst da auf La la la, oh, wie Wer bedrohlich Gehen Ich kann mich mal erinnern, hier an einen Bug Da ist er mal vorbeigeflogen Und dann ist der Gegner voll in mir reingeschöpert Ja, komm, 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 den will ich nehmen Den nicht sterben Hau ab Bist du mal in Schlussfeld Ja, 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 komm Wee La 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 Um, out of my way Und jetzt, ja, das war klappt Das kenne ich noch von Sonst wie, das ist immer wieder gelaggt hat hier Und jetzt nicht Jetzt puste ich jetzt mal alles hier weg Jeden Baustein puste ich weg Wolle ich auch nicht Wow So What the fuck, warum hat er seinen Arsch nicht da Riecht ordentlich unterbewegt Wow, 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 wow Wow, wow, wow Der ging noch Der ging noch Ha, ha, ha So Ja, das troste ich weg Du da, du da La 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 Oh, du da So, ich glaube, jetzt müsste Hab ich mir gedacht Alola My friend Long time no see And you must die Ja, 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 komm Ha, ha Oh, du Können mal kurz Okay Okay Na Ach, guck mal Jetzt wird er sich noch einmal mehr anbelegen, hä Na komm Zeig, was du hast, Kumpel Da, 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 da Wow, da war der Topping noch mehr vorbei gesaust Diese scheiß Homingmaster Diese geben mir auch am meisten umkehrig Wirst du dich mal treffen lassen? Geh mich halt geiern Lass dich treffen Wow, ich mach doch noch Matrix-Style Wuhu Das hab ich noch nicht mehr in der Nenung gehabt Schau mal auf hier, Junge Ich wurde der Commander Wo ist der? Wo ist der Richtige? Wer von euch ist der Richtige? Ah, erwischt Naja, komm Wuhu Wuhu Nur auf zu fauchen Das tut nicht weh Einfach mal drehen, einmal drehen, drehen, drehen Ein Fox kotzt gleich ein Kochbild rein Durch die Refilie rein Wo bist du? Auch da bist du Ui Schnauze voll Ui, Kung Fu, Mann Beeindruckend Jetzt Jetzt schicke ich dich auf den Schrott Müll Lalalalala 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 Komm Jetzt Stell dich nicht so an Explodiere und stirb einfach, Mann Jetzt mal um Keks Ui Ui Okay Und hier sehen wir mal wieder Andros Warum sag ich wieder? Ähm, okay Das liegt daran Für mich heißt es wieder Weil ich Das Spiel ja schon so oft gespielt habe Immer gerne Da war auch einer meiner Lieblings Raumschiffe überhaupt Wo ist die Musik jetzt überhaupt? Ach, die ist doch wieder da Ja, du kannst mal schon Angst noch mehr kriegen, Andros Und rassier dich mal Ich fährt nur noch ein Vollbad vorne Bist du der Nikolaus Persönlich Ui Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren Wieder hier Lalalala Lula Oh, oh, oh Muss aufpassen Ich Hab hier manchmal das Kleine Problem Ich muss mich manchmal überdrehen Mit meinen Manövern Ja? Dann komm, zeig dich Du bist du Nee Bist du Lalalala What the fuck Hier geht dein Gesicht? Oh, oh, scheiße Das hab ich nicht Oh, jetzt erinnere ich mich wieder ein bisschen zurück Das hab ich vergessen Oh, 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 oh Und der darf mich nicht aufsaugen Ai, 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 ai Was habe ich vergessen? Diese kleine Stelle noch Wie man auch dagegen antreten musste Ja, ja. Du kannst jetzt sterben. Von mir aus. Boah. Boah. Etc. Wack. Ja. Wird dir das Maul jetzt stopfen. Aber erstmal kriegst du ein paar auf das Auge. Blick einfach so. Da hast du so keine Chance gegen mich. Boah, gib doch mal auf. Hier, du kannst noch ein paar Plasma-Landungen in deine Fresse, damit du die Schnauze hältst. Ah, schmeckt gut. Außer siehst total beknackt aus. Ich konnte mich mal erinnern in... Ich glaub, bei damals in der alten Zeit-Trick-Serie von den Ninja Turtles war er auch mal dabei. Aber mit der Computerfresse. Aber ich puste dich jetzt trotzdem weg. Goodbye. Ja, ja. Uiuiui. Da war aber eine... kleine Aktion von mir hier. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Bäm. Schon hab ich Route 1 geschafft. Und... ab dem nächsten Part werde ich mich auch in Route 2 kommen. Mann. Ich war, Jungs. Du willst nachhut. Ich bin hinter dir. So, ja, wir sind ein Team. Teamwork. Obwohl ich die meiste Arbeit gemacht hab, ihr Schmarmels. Aber es ist mir egal. So, ich denke mal, ähm, ich werde, glaube ich, die Endboss, die hier nochmal gezeigt wird, werde ich, glaube ich, rausschneiden und mir am Ende der ganzen Routen zeigen. Das wäre für mich am besten, finde ich. So werde ich das auch machen. Ja. Ja, so werde ich es auch machen. So, sorry, dass ich jetzt gerade geschwiegen habe. Ich fahre jetzt gerade um den Kopf überlegen. So werde ich es machen. Ich meine, ich werde jetzt... Ah, guck mal, die Punkte... Ich will genau... Wie viel habe ich gekriegt? Ich werde jetzt depressiv, wenn ich Etappe 6 nicht komplett habe. Komm schon. Komm schon. Ja, ja. Ja, komm, bitte. Jetzt zeig mir bitte die... Jawoll, ja. Perfektes Routen-Banding. Nice, nice. Wunderbar. Gesamtpunktzahl... 60.000 Trefferquote. Und, wie gut bin ich beim Treffen? 100%. Jawoll, ja. Nice, nice. So. Ich denke mal, ich mache jetzt, nachdem sie losfliegen, während sich Fox mit Charlie Pepper unterhält, werde ich jetzt auch hier cutten. Und den nächsten Part sehen wir uns dann wieder zurück bei Conaria auf Route 2. Also, wir sehen uns dann. Bis später. Bis später. Bis dann.